Mein Name ist Katrin Pretz und ich bin neben Herbert Zahnen die Geschäftsführerin von Zahnentechnik GmbH. Bei Zahnentechnik geht es um die wichtigste Ressource der Welt, um Wasser. Wir modernisieren, optimieren und bauen neue Abwasser- und Wasseranlagen. Gleichzeitig entwickeln wir Verfahren für die vierte Reinigungsstufe und wir schaffen Lösungen für den Fachkräftemangel in der Wasserbranche und das ganz nach der Version sauberes Wasser für alle Menschen. Bei Zahnentechnik arbeiten wir in einem Umfeld, was von Offenheit, Teamgeist und Transparenz geprägt ist. Unsere Leute sind in modernen Büros, auf der Werkstatt, auf der Montage und auch im Innovation Lab tätig. Dabei achten wir darauf, dass wir Verantwortung übertragen. Wir bilden weiter Schulen unserer Mitarbeitenden, sodass das auch gelingt. Flexible Arbeitszeitmodelle und eine DUDS-Kultur sorgen dafür, dass man hier wirklich gerne zur Arbeit kommt. So entsteht ein Arbeitsumfeld, was nicht nur Spaß macht, sondern auch sinnstiftet. Denn bei uns steht alles im Sinne von sauberes Wasser für alle Menschen. Der größte Bedarf, den wir haben, ist im Bereich der Elektrotechnik. Wir suchen immer händeringend nach Elektronikerinnen und Elektroniker und sind froh über jede Bewerbung, die wir bekommen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben viele Vorteile. Zum einen achten wir darauf, dass wir viel weiterbilden und Schulungen anbieten. Dabei geht es nicht nur darum, sich fachlich weiterzubilden, sondern auch persönlich. Gleichzeitig haben wir aber auch so tolle Angebote wie zum Beispiel eine betriebliche Krankenversicherung oder eine betriebliche Altersvorsorge und auch Benefits wie zum Beispiel Mitarbeiter-PC-Programm oder Jobrad. Einfach ins kalte Wasser springen. Bei uns zählen nicht nur die Abschlüsse, sondern vor allen Dingen Teamgeist und Motivation. Wir freuen uns über alle Bewerbungen, die da kommen. Also einfach bewerben!